Unser Wagen ist kaputt. Wir haben keinen Sauerstoff mehr. Leihen Sie uns was? Was leihen? Ich will dir mal was sagen. Stadtkind, Sauerstoff wächst hier nicht an den Bäumen. Den müsst ihr euch verdienen, indem ihr arbeitet auf meiner hydroponischen Farm. Bei Sonnenaufgang könnt ihr in euren Vergnügungspark zurückkehren. Okay, ein paar Stunden arbeiten wir gern für sie. Die Nacht dauert auf dem Mond zwei Wochen frei. Ja, und die Temperatur sinkt auf minus 173 Grad. Fahrenheit oder Celsius? Das erstere, dann das andere. Eure Raumanzüge sind auch nicht geheizt. Bis Sonnenaufgang geht ihr nirgendwo hin. Schlafen könnt ihr in der Scheune da drüben. Doch ich warne dich, wage es ja nicht, meine drei hübschen Robotertöchter anzurühren. Verstanden?